ich grüße euch ganz herzlich ich bin jetzt gerade in meinem garten hier habe unkraut gerupft und pflänzchen gepflanzt chicory gepflanzt gestern habe ich salat gepflanzt radieschen geerntet das ist ganz schön jetzt hier ist gerade die sonne die jetzt noch ganz schwach scheint mich aber nicht blendet das thema heute auf facebook herzlich grüße kann meine brille nicht dabei das top thema war heute auf facebook nach der einheit in der beziehung die sehnsucht das verlangen den inneren wunsch ganz mit seiner zweiten hälfte zu werden zweite hälfte das heißt ganz sind wir wenn plus und minus zusammenkommen das heißt der mann und die frau zusammen bilden eine ganzheit kann man so sehen plus und minus kommen zusammen und da kann der strom so richtig schön fließen das kennen wir alles wenn wir in der beziehung sind wie intensiv dann die energie zwischen dir und einem partner oder deiner partnerin fließen kann und größer die harmonie die einheit ist komme ich gleich darauf zu sprechen umso stärker ist dieser strom und umso stärker wird auch dieses ganzheitliche gefühl das gefühl der einheit mit dem partner da schrieb heute gerade jemand das ist das schönste gefühl was er selbst erlebt mit seiner partnerin wo das so übereinstimmt und so der einheit da ist und jetzt wollen wir mal untersuchen weil dieses gefühl und dieses diese sehnsucht nach der einheit mit seinem partner das ist natur gegeben das heißt es ist ganz natürlich und jeder hat diesen wunsch nach einheit und wenn man den weg des hausvaters geht dann ist es der wunsch durch seine partnerin oder durch sein partner die einheit zu erfahren wenn man yogi ist wenn man alleine ist dann versucht man auch in die einheit zu kommen indem man sich zurückzieht von der welt und durch gebete und hingabe sich der stille hingibt was auch bei der meditation passiert dass man sich dem mantra hingibt diesen klang dass man dem sich hingibt das ist ja der sinn der meditation man gibt sich dem mantra hin und erfährt dadurch immer feinere ebenen des mantras also man erfährt immer feinere schwingungen und das geht so weit bis denn die feinste ebene des mantras erreicht ist und dass selbst das mantra die schwingung dann verschwindet in einen unendlichen raum dieser raum ist zeitlos und jeder der meditiert erfährt das jeder der transzendiert in seiner meditation jeder der sein mantra seine technik oder ein anderes objekt ein anderes objekt seiner wahrnehmung transzendiert kommt zu dem punkt wo nichts ist wo ein fachstille ist wo nur dies eine unbegrenzte allgegenwärtige bewusstsein ist die wissenschaftler sagen dazu das ist das einheitliche feld und das ist jetzt ganz gut wenn wir das verstehen dann können wir wenn wir das verstehen was das einheitliche feld ist dann können wir alle philosophen und alle philosophien und alles was so zum besten gegeben wird über das absolute über das transzendieren über die welt jenseits der gedanken die stille wovon viele leute sprechen die stille in die stille gehen und das alles geschieht jetzt im relativen und deshalb kannst du du kannst nicht die einheit durch deinen partner oder durch ein anderes objekt bekommen weil du kommst für die einheit wenn du aus allen formen gehst wenn keine form mehr da ist wenn dein partner die form deines partners nicht mehr da ist wenn deine form dein körper deine gedanken die objekte deiner wahrnehmung wenn die alle nicht mehr da sind wenn du die alle transzendiert hast dann erfährst du das einheitliche feld jetzt gehe ich mal den anderen weg wodurch sind diese formen entstanden wodurch bist du entstanden wodurch ist dein partner entstanden wodurch sind deine kinder letztendlich entstanden natürlich können wir sagen nicht so Samenzelle, Eizelle und dann wird das Baby geboren dann wird das Kind geboren und so nicht und der Urheber ist die Samenzelle und Eizelle aber wenn wir ganz wir müssen ja mal dahin schauen wo alles mal angefangen hat bevor überhaupt der Mensch da war und bevor diese schöne Schöpfung da war wo es noch keine Fortpflanzung gab wo einfach aus dem Nichts wo gar nichts ist wo da alles daraus entstanden ist das heißt die Schöpfung hat ja irgendwann mal angefangen und so sind wir Menschen von Tiere und Pflanzen Gestein, Mineralding alle aus einer Quelle entstanden und die Quelle wo alles herkommt ist das einheitliche Feld was heißt einheitlich nehmen wir mal das Mantra ich bringe mal so zwei, drei Beispiele wenn wir das Mantra haben das hat ja eine Form und die Bedeutung ist aus sich bekannt so beim vedischen Mantra der Grund ist dass der Geist nicht sich an das Mantra klammert und sich festhält sondern dass der Geist auf dem Rücken des Mantras in diesen raumlosen in diesen zeitlosen Zustand kommt wo keine Objekte sind aber wie ich sagte alle Objekte haben ihren Ursprung daher das heißt jetzt wenn ich die Bäume hier sehe die Sonne den Himmel die Erde alles kommt ursprünglich aus diesen formlosen Bereich aus diesem Raum und zeitlosen Bereich das alles drin die ganzen Samen wir können sagen alles was wir jetzt hier sehen die Bäume die Sterne die Planeten alles ist in unmanifestierter Form sozusagen als Same in diesem einheitlichen Feld das Einheitlich das Einheitlich das heißt wir sind nicht mehr getrennt das heißt wenn wir jetzt dieses Thema jetzt mit der Partnerschaft wo kannst du jetzt eins werden mit deinem Partner jetzt gehen wir mal du siehst deinen Partner wie schön der ist und wie intelligent und wie gerne du mit ihm zusammen bist und jetzt machst du die Augen zu und da ist der Partner immer noch da und dann gehst du so mehr in die Stille gehst immer zum Mantra und so und dann kommst du immer mehr in die Stille und dann merkst du plötzlich oh der Partner verschwindet ja aus deinem Geist und alle anderen Gedanken werden auch weniger kommst immer mehr in die Stille oder kommst du mehr und mehr so in diesen formlosen Bereich hinein in dieses einheitliche Feld das heißt diese Schwingung die jetzt diese Formen hervorgebracht haben ursprünglich die werden jetzt immer weniger immer weniger immer weniger und dann plötzlich ist alles weg und da sind alle Formen allen Formen geht das wenn ich jetzt die Planeten betrachte wenn man so seine Aufmerksamkeit auf den Planeten hat und dann guckt man so und dann verfeinert man diesen Planet so immer feiner 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 Denkebene und dann kommt man wieder auch da in diesen Bereich wo der Planet nicht mehr da ist oder nimm deine Wut du bist jetzt wütend du hast dich über deinen Partner geärgert und du kommst da nicht los und du wirst immer schimpfen 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 und jetzt sagen wir mal nein jetzt gehen wir mal den anderen Weg du nimmst deine Wut und schaust auf deine Wut oder bist du na also das bisschen noch mehr aufgeregt weil du jetzt deine Aufmerksamkeit auf die Wut geengt hast aber geh mal dahin und bleib bei dieser Wut einfach bei deiner Wut bleiben einfach spüren deine Wut nicht ohne jetzt da wieder in dieses Karussell dran zu gehen nicht warum du wütend geworden bist nicht und was die Ursache war und wie oft du schon wütend geworden bist wegen der gleichen Sache nein das interessiert alles nicht du bleibst einfach mit deiner Aufmerksamkeit bei deiner Wut und fühlst die Wut und dann bist du nur mit der Wut nur mit der Wut und alles andere fällt dann von dir weg das kennt ihr wahrscheinlich schon alle dass ihr dann einfach merkt die Wut wird weniger die Wut wird weniger du wirst immer stiller dein Geist wird stiller das ganze Denken was immer so abläuft das wird weniger du bist jetzt ganz bei deiner Wut und dann passiert es auch mit der Wut dass die verschwindet in diesem einhaltigen Feld das ist die Quelle von allen Gedanken die Quelle von allen Geschehnissen und das ist etwas was du wahrnehmen kannst obwohl es unendlich ist zeitlos ist wenn du eine gute Meditation hast und du tauchst in dieses einhaltige Feld da guckst du manchmal auf die Uhr und sagst boah wo ist die Zeit geblieben ja weil in diesem einhaltigen Feld gibt es keine Zeit ich denke jeder Meditierende macht diese Erfahrung dass er in dieses einhaltige Feld eintaucht bei der Meditation und dann kommt er wieder raus ja gut dann geht es wieder von vorne los und den Ärger Wut und so das liegt nur daran weil dieses einhaltige Feld noch nicht genügend stabilisiert ist in deinem Nervensystem dein Nervensystem ist in der Lage dieses einhaltige Feld zu erfahren und mit der Zeit wenn du immer eintauchst und immer reingehst in das einhaltige Feld immer dahin transzendierst oder dahin fühlst oder durch Hingabe dich in dieses einhaltige Feld begibst dann merkst du immer mehr dass du diese Stille von dem einhaltigen Feld mit in dein Denken hast mit in dein Fühlen hast und Erwachen heißt ja nichts anderes wir haben das einhaltige Feld jetzt stabilisiert unser Nervensystem ist so trainiert und ist so reingewornt immer durch dieses Eintauchen in diese Stille oder das Hineinfühlen in diese Stille in die Transzendenz in diese transzendentale Stille da werden Stress Verspannungen Traumata alles was nicht zu uns gehört aufgelöst dadurch wird dein Bewusstsein weiter 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 und deine Wahrnehmung wird immer größer 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 bis hin zur Unendlichkeit das heißt deine Wahrnehmung wenn du jetzt transzendierst und du hast ja schon so viel Vorarbeit geleistet da ist deine Wahrnehmung unendlich und du erfährst diese Unendlichkeit wenn du transzendierst das ist eine reine Erfahrung dieser das ist dieser Zwischenbereich den wir erfahren Zwischenbereich zwischen dem Relativen und dem Absoluten das ist ein Übergang und deshalb können wir obwohl wir sagen das ist die Transzendenz das bist du du kannst dich selbst da erfahren dich als zeitlos als raumlos das ist nichts anderes mehr da als du alles geht weg aber jetzt mit dem Verständnis wir wissen alles kommt daher die ganzen Naturgesetze alle Gesetze die Gesetze von Gott die jetzt alles bewirken nicht dass es jetzt Sommer ist dass die Sonne scheint morgen soll es wieder regnen all diese Dinge passieren durch dieses einheitliche Feld wenn du in diesem einheitlichen Feld etabliert bist dann bist du aus dem Denken du bist nicht mehr der Handelnde du bist nicht mehr der Denker der Denker verschwindet und jetzt auf die Beziehung bezogen die Einheit mit deinem Partner hast du wenn du in diesem einheitlichen Feld sagen wir auch nur wenn du reintauchst reintauchst noch gar nicht stabil da bist du eins mit deinem Partner und wenn dein Partner das gleiche erfährt da habt ihr die absolute höchste Einheit die ihr erfahren könnt das ist ein Zustand von Erleuchtung und jetzt geht es darum dass es stabilisiert wird das dauert eine gewisse Zeit das hängt vom Nervensystem ab dass diese Stressverspannungen die uns immer wieder rausholen die bringen uns immer wieder denken weißt du diese Traumata oder diese Kindheitserlebnis Vergewaltigung all das was wir so in der Vergangenheit erlebt haben oder Unfälle oder Todesgeschichten gesehen gehört die uns so bedrückt haben und uns Spuren in unserem Nervensystem hinterlassen haben das muss alles raus und das passiert indem wir uns dem einheitlichen Feld zuwenden wir müssen nicht was viele Leute machen und dass wir in dieses Geschehen wieder reingehen und da uns reinfühlen was ich auch jetzt sage du kannst das machen du kannst auch da reingehen und reinfühlen aber das ist so du bist dann wieder mit der Geschichte beschäftigt und viele Leute die nicht wirklich in der Hingabe sind und nicht wirklich in dieses tiefe Vertrauen kommen weil sie immer noch ein bisschen Zweifel haben im Mind im Geist für die ist das viel besser wenn die einfach meditieren dann müssen sie nicht daran glauben an der Meditation die müssen nicht meinen dass die funktioniert das geht alles weg man transzendiert alles man transzendiert seine Traumata die Vergewaltigung alles transzendiert man ohne sich darum zu kümmern und dadurch werden die wenn man in diese absolute Stelle kommt wird das alles gelöst und du erfährst schon bei dem Transzendieren diese Einheit mit deinem man kann nicht sagen mit dem Partner du erfährst einfach dieses einheitige Feld wo dein Partner unmanifestiert ist also du kannst nicht die Einheit mit deinem Partner obwohl du diese Sehnsucht hast und den Wunsch jetzt dich zu vereinigen deshalb Sex und geht schön essen und wollt immer die Einheit haben und macht euch schöne Komplimente und alles man bemüht sich auf allen Ebenen auf körperlichen Ebene auf der geistigen Ebene durch gemeinsame Interessen alles ist dazu da um in die Einheit zu kommen aber es funktioniert nicht das haben wir ja schon das ganze Leben praktiziert dass wir versuchen durch etwas durch eine Form durch das gemeinsame Interesse die gemeinsamen Wünsche und alles wo wir glauben jetzt kommen wir mehr in die Einheit das funktioniert nicht du kannst nicht durch ein Objekt durch deinen Partner in dieses einheitliche Feld links und so da ist Trennung und wenn du sprichst ist Trennung wenn du den Partner in die Arme nimmst nicht da seid ihr trotzdem getrennt manche Leute fühlen sich vielmehr von ihrem Partner getrennt wenn sie den Partner in die Arme nehmen weil sie nicht diese Einheit in sich spüren der Partner ist manchmal wie ein Fremder was er nicht sein sollte aber das ist auch nur ein Objekt das ist ein Objekt wie jedes andere Objekt auch und jetzt weil man schöne Gefühle hat zu diesem Objekt nimmt man den Partner in den Arm und hat Sex mit ihm und macht das ist ein unendliches Bemühen ein Abrackern um in die Einheit zu kommen ihr wollt jeder will in die Einheit kommen immer egal du kannst auch eine Beziehung zu deinem Hund haben und willst die Einheit mit deinem Hund haben das funktioniert auch nicht wenn du dich deinem Hund ganz hingibst und in Liebe bist deinem Hund da bist dein Herz öffnest und deine Gefühle so weit verfallen dass du letztlich den Hund transzendierst dann kommst du auf dem Hund dann kommst du in dieses Einheit in die Feld wo auch der Hund seine Wurzeln hatte also alles alle Formen kommen aus diesem Einheit in die Welt und das Einzige wo wir jetzt wieder diese Einheit finden können in unserer Partnerschaft auch zu unseren Eltern zu unseren Kindern zu unserer Arbeit zu unserem Denken die einzige Möglichkeit ist da wo die Einheit ist dahin zu gehen und das ist das einheitliche Feld wir können auch sagen das ist die Transzendenz das Absolute das Absolute das aber erfahren werden kann weil da keine Objekte sind weil da keine Form sind weil das relative das ist sagen wir das ist ja dieser Übergang vom Relativ zum Absolut das ist ein Gap nicht so ein Spalt nicht so ein Übergang und das ist so das heißt wir sind immer noch mit einem Fuß jetzt im Relativen und mit dem anderen Fuß schon so mehr in diesem Absoluten versteht unser Geist nicht aber wenn du zum Beispiel dieses einheitliche Feld mehr stabilisiert hast und du sprichst dann merkst du wie es auch in der Gita steht du merkst dass du nicht der Sprechende bist du erfährst dass du das einheitliche Feld bist das einheitliche Feld nimmt sich selbst wahr das ist selbst referiert selbst bezogen und das schläft auch nicht das einheitliche Feld schläft nicht ist immer wach deshalb habe ich heute jemanden auch gefragt und sprach auch davon dass sie immer diese Bewusstheit hat und da habe ich gesagt schläfst du noch damit ist gemeint der Körper kann ruhig schlafen aber wenn du immer dieser Bewusstheit bist dann bist du ja diese Transzendenz dieses einheitliche Feld du bist ist das keine Trennung du bist das einheitliche Feld aus diesem einheitlichen Feld kommen alle Objekte aus diesem einheitlichen Feld kommt dein Partner aus diesem einheitlichen Feld kommt dein Körper aus diesem einheitlichen Feld kommt deine Sprache das was du hörst alle Objekte alles hat seinen Ursprung aus diesem einheitlichen Feld und das kannst du aber wirklich erst verstehen sage ich mal so aber ist auch gut ist so auch wenn man es noch nicht 100% versteht weil man die Erfahrung noch nicht hat aber hast du die Erfahrung wenn du Zeuge bist von deinem Denken so Zeuge Beobachter der Wahrnehmende von deinen Handlungen dann weißt du dass er stimmt was ich dir hier sage dann weißt du dass der Weder Weder ist die Wahrheit ist das Wissen dass der Weder stimmt weil du bist der das Wissen du bist das einheitliche Feld aus dem alles kommt und die ganz klugen sagen jetzt ja 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 nee da ist nichts und da kommt nichts her da kommen keine Gedanken und da ist nichts die meinen jetzt was dahinter ist ich sage ja ich spreche jetzt hier von dem einheitlichen Feld wo alle Objekte eins geworden sind oder die sind alle eins aber diese Einheit die sehen wir nicht und erkennen wir nicht wenn wir uns mit den Objekten identifizieren und durch die Meditation und das Eintauchen und das wiederholte Eintauchen in dieses einheitliche Feld bewegt in uns dass wir diese Stille immer aufrechter halten immer mit der Zeit nicht von heute auf morgen mit der Zeit immer mehr und wenn du dann mit der da sind zwei Dinge da da ist einmal diese Stille dass das Einheitliche fällt dass dein Geist total still und und wenn jetzt die Objekte zum Beispiel dein Kind schreit dann geht diese Stille die da ist und du weißt du bist die Stille die geht jetzt nicht weg du hörst das Schreien deines Kindes und bist entsprechend aktiv vielleicht müssen die Windel gewechselt werden oder das Kind möchte was zu essen haben und dann machst du das aber du machst es aus der Stille du musst doch nicht drüber nachdenken was mache ich jetzt wenn ein Kind schreit du bist nachher so fein in dem Gefühl wenn das Kind schreit und die Mütter wissen das ja auch alles so gute Mütter die spüren ja das Kind muss was zu essen haben muss die Windeln neu haben und möchte raus oder so möchte spielen das spürt man und wenn du jetzt in diesem Einheiten Feld bist da bist du ja eins mit deinem Kind das Kind muss gar nicht erschreien du spürst in dir die Bedürfnisse deines Kindes genauso mit deinem Partner der muss nicht mal sagen ich möchte dies möchte jenes möchte mal gerne das essen oder mal wieder aus gehen das spürst du in dir weil du in dieser Einheit bist die jetzt bei deinem Partner oder deine Wünsche die bei deinem Partner oder Partnerin aufkommen die kriegst du unmittelbar in dir ja schon mit bevor er sie ausspricht weil du bist ja eins mit deinem Partner du bist ja nicht getrennt das ist ja das schöne das macht ja diese Einheit aus dass wir wissen die Dinge meist schon wenn jemand einen Satz sagt dann wissen wir die eine ganze Story was er uns sagen will weil in diesem ersten Satz oder dem ersten Wort ist schon alles drin erhalten und manche Leute verstehen das nicht weil du brauchst gar nicht eine ganze Story du hörst ein Wort und in dem Wort sind alle Informationen drin alles und jetzt mit einer Partnerschaft die Partnerschaft die kann es wirklich erblühen und in ihren Höhepunkt kommen und in diese Einheit hineinwachsen mehr und mehr wenn wir die Einheit in uns selbst realisiert haben und was heißt unsere Einheit nicht das ist die Einheit von allen Dingen von allen Formen ist das diese gleiche dieselbe Einheit also nicht gleich selbst das ist dieselbe Einheit die wir haben die wir sind wir sind die Einheit wir werden nicht die Einheit wir sind die Einheit wir sagen nur wir werden erleuchtet und das passt jetzt auch gut das erleuchtet und das ist auch schön wir wollen ja die Einheit mit dem Partner nicht und das heißt wir müssen erleuchtet sein wie will man sonst in der Einheit sein bist du in der Einheit das heißt auch dieses Einheitsbewusstsein wenn du da bist bist du erleuchtet es gibt zwar immer noch ein Wachstum von Erleuchtung und das nennen wir dann Brahman Bewusstsein das eine Einheitsbewusstsein was wir schon erfahren in diesem einheitlichen Feld und das wird auch manchmal total missverstanden mit der Erleuchtung die sagen immer das ist nur eins Erleuchtung eins nicht wir haben uns hier inkarniert um ganz zu werden deshalb wir wollen den Partner wir möchten die Ganzheit mit dem Partner wir möchten die Erleuchtung und wir möchten die Erleuchtung mit unserem Partner das ist ja die wahre Einheit und aber wie soll das gehen wenn du die Haltung hast da gibt es nur das eine ohne das zweite das nur das absolute dieses denken das kann man auch aufrechterhalten aber das macht jetzt keinen Sinn wenn wir unsere Inkarnation jetzt unser Körper der ist ja nun mal hier den können wir nicht verleugnen und wenn wir uns jetzt nur auf das absolute beschränken denn das macht ja gar keinen Sinn mit unserer Inkarnation also es macht keinen Sinn sage ich mal zu sagen alles ist Ego 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 gibt es nicht Gedanken gibt es nicht dich gibt es nicht alle Formen gibt es nicht alles was du siehst das ist nicht echt und so das machen ja viele Leute so um das gibt ja auch bei Shankara dieses Neti Neti der sagt nicht das nicht das nicht das der verneint alles als Technik das ist so als Technik zu verstehen in Wirklichkeit verneint das nicht aber es nur so für den Verstand zu sagen das ist gibt es nicht dein Partner ist nicht da den gibt es nicht und so die beschränken sich denn auf das absolute wo nur das eine ist ohne das zweite also das führt aber dazu was ich so beobachte dass die Leute so bisschen so aus dem Leben gehen und gar nicht mehr richtig am Leben teilnehmen können weil sie immer diese negative Haltung haben das alles relative alles als formen und so negieren und so du musst immer das absolute im Auge haben und so nicht also viel schöner und interessanter ist zu sagen zum Körper so wie der ist ja zu dem Körper deines Partners ja das ist die Realität im Relativen das ist jetzt diese veränderliche Realität die wir im Relativen haben natürlich und jetzt aber dadurch dass wir jetzt in das einheitliche Feld gehen und da immer wieder reintauchen und raus gehen wird diese Relativität gestürzt und getragen von diesem einheitlichen Feld und das macht doch das Leben ganz das Leben nicht das Leben umfasst ich habe gesagt Erleuchtung ist jemand sagt da gibt es nur eins nicht Erleuchtung ist nur eins nicht das das Absolut das Selbst nicht da ist nichts anderes und dann habe ich gesagt Erleuchtung dann brauchen wir uns gar nicht darüber unterhalten wenn jemand diese Haltung hat brauchen wir gar nicht darüber unterhalten das ist das Absolute und was soll man absolut sagen keiner kann etwas sagen über das Absolute keiner weiß was das Absolute ist man kann es nicht erfahren man weiß es ich weiß es auch dass es das ist wenn nichts ist aber erst im Nachhinein weiß ich immer so das war es und da hat sich mein Körper in der Zeit wahnsinnig schnell regeneriert manchmal so wenn er normalerweise drei vier Stunden braucht dann braucht er eine halbe Stunde oder Stunde dann ist er frisch und munter und quick lebendig wenn er diese halbe Stunde ganz in dieser absoluten Stille ist wo nichts ist der Körper ist nicht in dieser Stille aber das Bewusstsein das ganz alleine ist dass ich seine eigene Existenz bewusst nehme da gibt es den Körper nicht da gibt es die Form nicht da gibt es gar nichts das ist das ist die absolute absolute Wahrheit wo man nichts sagen kann keine Philosoph oder nichts kann darüber gesagt werden aber bei uns geht es ja darum dass wir da können wir nichts machen da können wir nichts machen um da hinzukommen wir sind das ja auch da kann man nicht hinkommen man ist das und es geht ja jetzt in unserer Betrachtung nur darum zu realisieren zu realisieren dass wir das sind zu realisieren dass wir das einheitliche Feld sind zu realisieren dass wir der Weder sind das reine Wissen das zu realisieren und dafür ist unser Ego total klasse also nicht ablehnen das Ego das Ego ist total klasse nicht und das Ego führt uns hier hin und führt uns dahin nicht wir machen unsere Erfahrungen wir lernen die Welt kennen und immer feinere Ebene des Denkens erfahren wir alles Ego Ego im Ego und das durch das Ego kommen wir in das einheitliche Feld wenn du anfängst zu meditieren dann sagt dein Ego komm jetzt setz dich mal hin mach mal die Augen zu denk mal jetzt schön dein Mantra so wie du es von deinem Lehrer gelernt hast und dann machst du das alles so egomäßig so durch und dann kommst du aber aus dein Ego raus genauso was ich sagte mit der Wut dass du dich auf deine Wut ausrichtest die Wut wird immer weniger und das Ego wird immer weniger 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 und da löst sich das Ego auf dieses kleine Ego löst sich auf und dann ist dieses unendliche ewige unteilbare Ego oder selbst kannst du auch sagen das Ego das große Ego oder das große Selbst oder die Transzendenz das einheitliche Feld das offenbart sich dann in dir und du in dir selbst oder das was du bist das offenbart sich und dann weißt du ah ja das ist es ja und das ist das Tolle wenn wir das Wissen haben und das Verständnis und wirklich Wissen tun wir es nur wenn wir es erfahren nicht darum geht es ja nicht dass wir unsere Einheit erfahren auch in unserer Beziehung nicht das heißt du bist die Form deines Partners ist da die geht nicht weg die bleibt aber du bist jetzt in dieser Einheit und alles was du siehst und hörst und schmeckst und fühlst durch deinen Partner oder auch alleine das getragen durch diese Einheit und dann du kannst deinen Partner mit deiner Liebe die ja unendlich jetzt wird also im Einheitsbewusstsein ist sie unendlich das ist keine Begrenzung da bist du in der wahren Liebe die nicht abhängig ist ob du ein gutes Mittagessen gekriegt hast oder ob die Wohnung schön sauber ist oder von irgendwas anderes vom Geschenk oder Pralinen oder so das ist nicht davon abhängig das ist unabhängig diese Liebe die ist die wahre Liebe die ist autark die ist eigenständig die ist einfach da weil du da bist und du bist ja selbst diese reine Liebe das ist keine Trennung all diese getrennte ich liebe dich und so das trenne die Liebe hier ich und da du das hört ja in diesem einheitlichen Feld auf obwohl das heißt also nicht dass wir jetzt nicht mehr sagen ich liebe dich oder so aber dass wenn du das sagst ich liebe dich dann ist das getragen aus diesem einheitlichen Feld aus der wahren Liebe das ist eine andere Geschichte als wenn du im Ego bist und dann sagst ja auch ich liebe dich weil du so schön gekocht hast oder so also eine völlig andere Geschichte die dann abläuft mit der Welt in der du bist in deiner Beziehung oder mit deinem Hund oder mit deiner Katze oder mit deinem Haus mit deinem Garten das ist alles alles dann getragen aus dieser Stille aus dieser Transzendenz die du bist Norbert grüße dich schön ja ich finde ich freue mich auch mal dass ihr Jennifer klasse dass ihr alle da seid dadurch wird das Feld belebt dadurch werden die Beziehungen also dann noch der Punkt auch so ja Beziehung nicht Beziehung wenn du in diesem einheitlichen Feld bist da gibt es keine Beziehung mehr die Beziehung zu deinem Partner löst sich auf das ist ein ganz schönes Risiko bist du ohne Beziehung Beziehung heißt immer du bist bezogen auf etwas und aber wenn du dieses einheitliche Feld realisierst und erkennst dass du das bist da ist ja kein Bezug mehr dein Partner gibt es in dem einheitlichen Feld nicht nicht als Form dein Partner ist genauso dieses Selbst wie du auch dieses einheitliche Feld und aber da kannst du dich nicht so beziehen du brauchst ein Objekt um da Bezug zu haben und das fällt dabei weg und das fällt auch weg wenn du mit deinem Partner sprichst du wirst natürlich um deinen Partner oder die Welt nicht zu verwehren du wirst nicht sagen so jetzt wir sind nicht mehr in einer Beziehung aber mit Wirklichkeit seid ihr nicht mehr in einer Beziehung aber ihr seid weil ihr total frei seid die Beziehung bindet schafft Bindung Begrenzungen Einengung und das fällt dir alles weg das einheitliche Feld hat ja keine Begrenzung du bist das einheitliche Feld ohne Begrenzung ohne Einengung ohne irgendetwas da ist nichts und das bist du und jetzt bist du in deiner Partnerschaft nicht und dann wird jetzt diese Partnerschaft getragen von diesem einheitlichen Feld dein ganzes Denken dein ganzes Tun ist jetzt kosmisch der Kosmos macht keine Fehler sonst würde ja alles chaotisch hier sein die Planeten die würden ganz anders sich verhalten würden zu anderen Zeiten sich bewegen oder so das würde nicht alles synchron sein wie es so schön ist alles ist so aufeinander abgestimmt und genau so ist das mit dir und deiner Partnerschaft du bist du erkennst du dich als dieses einheitliche Feld bist du erleuchtet dann handelst du du handelst ja nicht mehr dass dir die Naturgesetze dieselben Naturgesetze die jetzt den Mond auferscheinen lassen die die Sonne da aufgehen lassen obwohl sie ja nicht aufgeht aber so und es erscheint nicht dass die Erde sich um die eigene Achse dreht und so all diese Geschehnisse in der Welt die so passieren durch die Natur durch die Naturgesetze die gleichen dieselben Gesetze bewirken den Umgang mit deiner Partnerin du bist nicht mehr der Handelnde du bist der nur noch der freie Zuschauende ohne Bindung völlig frei und dadurch kann eine Beziehung erst funktionieren also Beziehung sage ich jetzt nur in unserem Sprachgebrauch man sagt wir bräuchten eine ganz andere Sprache und wenn man das ausdrücken möchte was wirklich ist aber sobald das Absolut ins Spiel kommt da gibt es ja keine Sprache das ist Jenseits von allen Sprachen aber alle Sprachen kommen aus diesem Absoluten und deshalb ist es ganz völlig egal also ist egal was wir sagen wir können die Sprache einfach nehmen die wir gewohnt sind aber die Tatsache ist dann immer noch eine andere weil du weil du ja nicht gebunden bist und nicht an deiner Sprache gebunden bist und nicht an deinen Körper gebunden bist und nicht an den Körper von deinem Partner aber trotzdem ist alles dieses Zusammenspielchen sind viel intensiver und höher viele denken so ja wenn du so getrennt bist das ist nur vorübergehend auch diese Trennung dass du dich als das Selbst als das einheitliche Feld erfährst und dann ist da der Partner das ist eine vorübergehende Geschichte und das ist auch eine Entwicklungsgeschichte eine Bewusstseinserweiterung die stattfindet die notwendig ist damit auch diese Trennung aufhört das heißt jetzt aber nicht dass der Körper sich auflöst und so nicht und der Körper von deiner Frau oder von deinem Mann sich auflöst und damit ihr dann eins fährt auf der körperlichen Ebene nein so läuft das nicht so kann man sich vorstellen wenn man sagt ja wir kommen jetzt in die Einheit nein der Körper bleibt so und diese Einheit wenn wir erleuchtet sind ist es so du erfährst schon im kosmischen Bewusstsein schon wenn du dieses einheitliche Feld da eintauchst erfährst dich dich als das unbegrenzte gegenwärtige Bewusstsein oder als das einheitliche Feld oder als die Transzendenz das reine Bewusstsein da wo keine Objekte sind wo keine Zeit sind das erfährst du und dadurch diese Erfahrung wird dir klar dass du das bist das nicht vom Kopf von der Erfahrung du erfährst jetzt dass du wenn du den Körper transzendierst der ist ja nicht mehr da du kannst ja nicht mehr sagen ja ich bin der Körper der ist ja gar nicht mehr da du hast den im einheitlichen Feld hat er sich ja aufgelöst oder was bleibt aber du bleibst nicht du das selbst das einheitliche Feld bleibt und dann sagst du ja ich bin ja nicht der Körper ich bin das einheitliche Feld das kommt jetzt diese Aussage kann ja eigentlich nur kommen wenn du realisiert hast dass du das einheitliche Feld bist vorher ist alles Kopf nicht also alles so Fata Morgana nicht Gehirngespinste nicht können wir ruhig haben macht ja nichts aber wenn wir das transzendieren erfahren wir dass die Gehirngespinste vielleicht doch eine Spur an Realität in sich trugen weil du erfährst jetzt dass du dieses einheitliche Feld bist und dein Partner steht dir gegenüber aber du bist jetzt nicht mehr in dieser Beziehung nicht mehr gebunden an deinen Partner du bist frei und dann sagen wir auch das ist das kosmische Bewusstsein das ist der erste Meilenstein für die Erleuchtung ich sagte ja wenn wir da eintauchen das ist schon Erleuchtung aber wenn wir da rauskommen dann ist die Erleuchtung ja wieder weg weil wir uns dann wieder in der ersten Zeit mit dem Körper identifizieren und wenn wir dann das auch stabilisiert haben dieses einheitliche Feld nicht das heißt wir können haben das diese unendliche unbegrenzte Wahrnehmung und können auch dieses unbegrenzte Sein erfahren diese Stille erfahren ganz konkret erfahren nicht jetzt Vater Mugana Kopf Idee Vorstellung nein Verfahren richtig nicht genauso wenn du eine Suppe isst kannst du erfahren wie sie schmeckt und genauso kannst du dieses einheitliche Feld genauso in dir erfahren und viele Dinge passieren erst dadurch in dir dein Denken und so alles verändert sich plötzlich wenn du in diesem einheitlichen Feld bist oder das verschwindet völlig das kann nicht verschwinden wenn du immer noch irgendwo im Relativen bist aber wenn du in diesem einheitlichen Feld bist verschwindet das Denken weil der Denker den gibt es ja nicht mehr also dich gibt es ja nicht mehr der bist du ja weg nicht ja und jetzt aber diese Einheit jetzt mit dem Partner nicht dieses nicht das war ja das Thema das sieht denn nachher so aus wenn und dann kommt diese Liebe und diese Hingabe was ich auch sagte wo du auch ins einheitliche Feld kommen kannst wenn du wirklich dich voll im Vertrauen und mit deinem ganzen Herzen so in dich deinem Partner hingibt und dann nur der Partner ein Partner, ein Partner, ein Partner nicht denn es denn geschieht ist dass du auch deinem Partner transzendierst und erfährst die Einheit im transzendentalen Feld im einheitlichen Feld mit deinem Partner aber nicht in der Form nicht das ist gut nicht zu verstehen die Einheit in der Form gibt es nicht kommt nicht zustande aber wenn die Form sich aufgelöst hat von dir von deinem Partner dann erkennst du ja da ist die Einheit und jetzt aber jetzt dieser nächste große Schritt nicht ist ja jetzt und da können wir auch wenn du so eine Übung machst jetzt über dieses Fühlen nicht deine Angst zu fühlen deine Wut zu fühlen um aus der Wut zu kommen um aus deiner Angst zu kommen so durch Gefühl wie gesagt wenn du das ganz mit deiner vollen Aufmerksamkeit machst der Protekt geht das Gefühl sofort weg das löst sich auf aber wir können ja gar nicht solange das Ego noch da ist wir können ja gar nicht ganz bewusst fühlen das ist auch mal ein Punkt viele Leute reiten da drauf nee du musst fühlen 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 sag ich ja kannst du gerne machen nicht aber solange du im Ego bist wird es dann fühlen wird es ja oberflächliche Sache sein um das du kannst dann 100 Jahre fühlen und kommst nicht in die Transzendenz aber andersrum wenn ich sage aber es ist durchaus möglich dass die Wut durch das Gefühl nicht wie ich sagte am Anfang ein bisschen beschrieben habe du kannst wenn du es wirklich gewissenhaft machst so aber da kommt auch die Konzentration rein und die hält dich meistens davon ab dass du transzendierst du musst deine Gefühle egal was es ist die Angst den Ärger deine Eifersucht Wut alles kannst du ein Gefühl nehmen und das musst du transzendieren nicht und so und da sage ich aber das ist sehr schwierig solange das Ego da ist du kannst es nicht richtig fühlen nicht und deshalb habe ich empfohlen und das habe ich auch heute geschrieben das Beste ist erst mal zu meditieren mit so einem Vedischen Mantra dann kannst du das alles transzendieren da musst du nichts fühlen ich muss gar nicht ich habe das früher auch ich wusste gar nichts vom Fühlen und so das habe ich jetzt erst hier durch euch erfahren dass es auch ein Weg ist dass man durch Fühlen in die Transzendenz kommen kann aber das kann ich nachvollziehen ist schon möglich durch jedes Objekt kann man ja auch in die Transzendenz kommen also ist möglich aber leichter ist es und jetzt sage ich auch warum das viel leichter ist dann wenn du transzendiert hast dann ins Gefühl zu gehen also wenn du transzendierst deine Gedanken transzendierst deine Wut transzendierst dein Ärger, deine Vergewaltigung alles transzendierst da ist ja keine Wut keine Ärger keine Vergewaltigung mehr da wenn du in diesem Einheitenfeld bist ist alles weg es ist nicht bewusst da obwohl es noch vielleicht vieles da ist wenn du wieder rauskommst aber vieles löst sich jetzt auch auf nur dadurch dass du transzendierst und das kann man sich so vorstellen weil diese Sachen die da gespeichert sind im Nervenzimmer das kommt raus auch im Tiefschlaf wenn du mehr Ruhe hast kommen viele Dinge raus wenn du tief entspannst so ganz tief entspannst kommen viele Dinge raus als Weg kann man es betrachten aber du brauchst eine Entspannung die alles übertrifft und das ist die die hast du wenn du transzendierst wenn du deine Welt alles transzendierst da kommst du in eine Entspannung da gibt es keine Worte für nicht weil die unbegrenzt ist diese Entspannung ist unbegrenzt es geht ja als unbegrenzte dann beim Transzendieren und dann können sich diese dicken Stressverspannungen und so und Vergewaltigungseindrücke sowas da ist im Nervenzimmer im Unterbewusstsein noch da ist das löst sich auf und jetzt aber dadurch dass du transzendierst jetzt kommen wir zu der Bewusstheit die du brauchst um den Rest noch aufzulösen deine Bewusstheit nimmt so intensiv und stark zu wenn du eintauchst Stressverspannungen löst da wird deine Bewusstheit dehnt sich aus deine Wahrnehmung wird größer und dann nach kurzer Zeit wirst du merken dass du diese Bewusstheit nicht mehr verlierst das was ich sage im kosmischen Bewusstsein da bist du stabilisiert in diesem reinen Bewusstsein und bist dir dann immer bewusst denn da gibt es kein Schlaf mehr für dich für den Körper ja aber du bist ja nicht der Körper für dich gibt es kein Sprechen mehr weil du sprichst ja gar nicht weil das Sprechen geschieht durch die drei Gunas durch die Naturgesellschaft die durch dich wirken was ich vorhin sagte die Planeten die bewegen sich alle in bestimmten Formen so Sterne alles Mond Sonne alles geschieht nach dieser kosmischen Ordnung und wenn wir in dieser kosmischen Ordnung sind dann sind wir nicht mehr die Handelnden sind wir sowieso sonst auch nicht aber wir glauben das immer das Ego nimmt immer die Handlung für sich in Anspruch aber wirklich handelt das Ego auch nicht aber dadurch dass wir uns damit identifizieren sind wir der Meinung wir sind die Handelnden aber ja genau und darin kann man so ein bisschen sehen wo man in seiner Entwicklung steht so schläft man noch oder schläft man nicht und jetzt aber jetzt und jetzt und dann kommen wir zum Schluss wenn du jetzt diese Trennung zu deinem Partner hast nicht du bist mit deinem Partner oder bist du die Stille und die Stille ist jetzt nur dafür der Spiegel beobachtet die Spiegel deinen Partner beobachtet deine Sprache wenn du sprichst das was du siehst ist der Beobachter da nicht und der Beobachter erkennt sich durch deine Sicht nicht wenn du etwas siehst erkennt der Beobachter sich in dem was deine Augen sehen und das ist der ganze Trick ja vom lieben Gott oder vom Schöpfer dass er uns dass er sich Gott jetzt so das Unmanifestierte das Absolute sich durch uns erfahren kann und das muss man sehen und deshalb der Herr Schöpfer das so eingerichtet dass wir uns nicht daran erinnern können wer wir sind wir haben es vergessen und das macht ja das ganze Theater aus nicht das Theater was wir haben nicht dass wir wieder die Einheit haben wollen nicht wir haben die Einheit wir sind in der Einheit das ist nie rausgefallen aber dadurch dass wir den Glauben haben oder dass wir uns jetzt mit den Objekten hier identifizieren mit dem Partner identifizieren mit dem Sex identifizieren mit den Kindern identifizieren und alles immer so die Identifikation haben das verhindert ja zu erkennen wer wir in Wahrheit sind da haben wir so ein kleiner Schwenker jetzt aber jetzt und jetzt kommen wir da wenn du in diesem kosmischen Bewusstsein bist und du hast Wut da kann auch Wut aufkommen du kannst im kosmischen Bewusstsein da sind noch nicht alle Stresse gelöst ich habe das früher auch immer geglaubt im kosmischen Bewusstsein ist alles weg aber ich habe dann selbst auch erfahren da ist immer noch Spur von Ego da und gewisse Dinge so können auch gewisse Wut kommen aber das ist nicht mehr so wie vorher dass wenn auch Wut kommt das ist dann sofort wieder weg nicht das ist so man kann das so verstehen wenn man im Ego ist und man es fühlt denn das ist so wie wenn man in der Wand mit dem Meister so eine Kerbe reinschlägt die geht nicht gleich wieder weg nicht denn wenn man einmal über jemanden wütend geworden ist dann kann sich das über Jahre hinziehen oder Eifersucht oder so dann ist man nachtragen und all diese Dinge das was ihr kennt das kann über Ewigkeiten hinaus auch ins andere Leben noch gehen bist du enttäuscht worden und dann bist du dein ganzes Leben enttäuscht und denkst immer wieder darüber nach und dann frischst du das immer wieder auf und dann musst du wieder geboren werden du kommst du kannst erst in den Himmelreich kommen so in das Absolute wenn du in dein Zuhause wenn du alles schön sauber gemacht hast wenn alles geregelt ist in dir aber wenn da noch Wut ist und Ärger da ist gut dann musst du wiederkommen das muss alles geklärt werden nicht so und das kannst du nicht auf der Erde machen im Himmel geht das nicht deshalb haben wir die Wiedergeburt ja aber angenommen du bist jetzt so hast schön transzendiert und hast jetzt dieses kosmische Bewusstsein dieses einheitliche Feld stabilisiert und du bist jetzt nicht mehr der Handelnde du bist der Beobachter da bist du völlig bewusst du bist so bewusst du bist so präsent mit dem was ist du bist nur ohne Denker der Denker ist ja nicht mehr da du bist einfach mit dem was ist und wenn jetzt das Gefühl Wut kommt angenommen da ist jemand und du ärgerst dich darüber jemanden in der Straßenbahn der sich schlecht benimmt oder so kommt ein bisschen Wut auf denn bist du mit dieser Wut und mit dem Anderen so ganz bewusst was viele Leute ja versuchen nicht durch durch Fühlen nicht und Hingabe das aufzulösen aber wenn du nicht 100% in dieser Bewusstheit bist ist es schwierig das aufzulösen aber jetzt dadurch dass du jetzt das kosmische Bewusstsein hast und in dieser Wahrheit bist und da kommen irgendwie so Sachen auf das wird sich nur auflösen das ist so ähnlich wenn man im kosmischen Bewusstsein wenn man im Wasser mit dem Finger so durchs Wasser geht da seht ihr auch da ist so eine Rille dann und dann kommt aber das Wasser wieder zusammen die Rille bleibt nicht lange in dieser Wand die wenn ich im Ego bin und dann in der Wut bin und Ärger und Zorn und so das ist ja das hinterlässt Spuren so nicht und das ist so eine Kerbe in der Wand nicht so die Jahrzehnte dauern kann bis die mal wieder weg ist bis die wieder verputzt ist aber bei dem anderen wenn du jetzt im kosmischen Bewusstsein bist dann kommt Wut oder Ärger und so das ist so ein Hauch und dann ist es wieder weg das kann sein du bist jetzt wütendig und nächste Minute nimmst dein Partner in die Arme und sagst ich liebe dich über alles und das ist wahr das ist jetzt keine Lüge das ist jetzt nicht ein Spiel um dich dafür zu entschuldigen weil man wütend war nein die Wut ist dann ja gleich wieder weg die kommt und geht wieder weg im kosmischen Bewusstsein und das ist ja toll da hat man den ganzen Schmutz nicht jetzt da tagelang oder wochenlang oder jahrelang so nicht jahrelang nicht und das ist grauenvoll ich weiß von meiner Großmutter die hat einen Unfall gehabt so war meine Mutter mit im Auto und meine Tante und die Tante ist gestorben dabei und 30, 40 Jahre hat meine Oma dann nur gelitten weil sie diesen Unfall da erlebt hat und ihre Tochter dabei verloren hat und das geht vielen Eltern so die ihre Kinder verlieren oder so durch Krebs oder was auch immer dass sie da so leiden drunter und das ist eine Ego-Sache weil dieses Leid was da war und das ist ja kann man nicht verleugnen das ist ja auch da ein ganz tiefer Schmerz kann ich auch total nachempfinden aber das ist dann so wie sie sagt das ist diese Kerbe in der Wand die man da reingemeißelt hat und die Großmutter hat 30, 40 Jahre nur gelitten die hat das Leben eigentlich dadurch aufgegeben weil sie in diesem Leiden war und wenn du jetzt aber dieses Bewusstsein hast in diesem Kostbewusstsein dann ist das so wie mit dem Finger durchs Wasser und dann geht das alles gleich wieder zurück und dann bist du frei davon vielleicht kommen die Gedanken du bist nicht mehr gebunden du bist nicht mehr an Erfahrungen die in der Vergangenheit waren gebunden und dadurch kommen Erfahrungen die können keine neuen Spuren kein neues Karma in dir schaffen das heißt du musst nicht wiedergeboren werden auch egal was du sagst oder machst und handelst so wo alle Leute sagen das war verkehrt nein wenn du handelst im kosmischen Bewusstsein bist du frei es machen die Gunas und du handelst immer das verstehen viele Leute nicht du handelst immer im Einklang mit der Natur nicht du die Naturgesetze bewirken was ich vorhin schon zwei, dreimal sagte die Naturgesetze bewirken dass deine Handlungen immer perfekt und richtig sind für den Kosmos aus individuellen Sicht kann das sein das ist ja so eingeschränkt und beschränkt und das kann nicht wahr sein aber aus einer höheren Sicht sind die Handlungen absolut weil da wird nicht nur dieser enge Raum betrachtet sondern die ganzheit die ganzheit die wir auch mit dem Partner haben wollen du kannst deine Frau oder deinem Mann niemals die Wünsche alle erfüllen wenn du im Ego bist weil du bist dann immer auf dich bezogen aber wenn du ganz bist eins bist mit deinem Partner kannst du alle Wünsche deinem Partner deiner Partnerin erfüllen ja und jetzt zum letzten nochmal einen Anlauf diese Einheit mit der Partnerschaft oder auch mit allen Objekten bekommen wir nachdem wir den ersten Schritt unserer Entwicklung gemacht haben nachdem wir dieses einheitliche Feld stabilisiert haben dass wir immer getragen sind in unseren Denken Handlungen alles was geschieht durch uns wenn wir da gefestigt sind in diesem reinen Bewusstsein in diesem einheitlichen Feld dann beginnt die Hingabe und die die wirkliche Hingabe und dann von da kann ja eigentlich nur Hingabe sein auch die Hingabe zu Gott nicht wenn du im Ego bist kann man sich Gott gar nicht hingeben weil das Ego hat ja immer Bedürfnisse lieber Gott hilf mir bitte ich möchte reich werden ich möchte den richtigen Partner finden und so das sind alles so oberflächliche Dinge du kannst nicht wirklich in der Hingabe sein wenn du nicht in den Frieden in dieser absoluten Stille bist und deshalb deine Wünsche können gar nicht erfüllt werden Gott hört dich gar nicht weil du bist ja Sender und Empfänger sind ja nicht miteinander verbunden du bist ja erst verbunden mit Gott wenn du im einheitlichen Feld gegründet bist da ist Gott zu Hause da kannst du Gott erfahren da bist du eins mit Gott wo du auch eins mit deinem Partner bist und da werden die Wünsche sofort erfüllt die alles deine Wünsche die werden vorher erfüllt bevor sie überhaupt in dein Denken kommen weil Gott der weiß doch alles warum wartet er darauf bis du da den Wunsch ausgesprochen hast ist gar nicht notwendig und das ist das das Interessante bei der ganzen Geschichte du hast noch nicht mal einen Wunsch und dann kriegst du das wo später der Wunsch entstehen würde hast du ein Auto plötzlich hast du ein Auto vor deiner Tür wird dir geschenkt und dann spielst du fest ach ja das ist doch ganz praktisch das brauche ich doch ich habe doch Kinder und so jetzt können wir da mal ein bisschen Urlaub fahren und so das Leben noch ein bisschen mehr genießen ja und das ist so und das ist diese Einheit wie sich die kennzeichnet jetzt die Einheit das ist jetzt das heißt da kommen drei Dinge zusammen in diesem Einheitsbewusstsein da wo wir uns dann ab dem kosmischen Bewusstsein nachdem wir das einheitliche Feld stabilisiert haben wo wir es dahin entwickeln durch Liebe durch Hingabe nicht so kommen wir immer mehr in diese Stille wir haben das Absolute in uns das Einheitliche Feld das ist da das geht nicht weg aber jetzt kommt es darum dass diese Erfahrung vom Objekt nicht dass unsere Wahrnehmung muss jetzt so weit gehen dass wir auch das Selbst was wir bei uns erfahren haben auch dasselbe Selbst in den Objekten wahrnehmen weil jedes Objekt nicht ob die Bäume sind das ist auch das Absolute Enhalten das ist auch die Transzendenz die Transzendenz das Einheitliche Feld ist altgegenwärtig ist nicht ein Körnchen Sandkörnchen oder Schneeflockchen es gibt es wo nicht das Einheitliche Feld ist weil es kann ja nur das Objekt existieren wenn die Basis für die Existenz da ist und das heißt es ist Gott oder ihr könnt sagen es ist das Einheitliche Feld die Basis für die Existenz einer Schneeflocke ist das Einheitliche Feld würde es das Einheitliche Feld nicht geben würde es nie eine Schneeflocke geben für die Schneeflocke also alles jedes Samenkorn jedes Sandkörnchen alles alle Planeten jedes Blatt jede Ameise überall ist dieses Einheitliche Feld es ist diese Transzendenz in jeder Zelle von uns in der Dehrenes in der Ährenes also in den feinsten Teilchen in uns in den Atomen in den Elektronen also bis zum aller aller Feinsten überall ist dieses Einheitliche Feld überall ist Gott das heißt wir sind nie alleine das sind wir sowieso nicht sind die nie alleine und deshalb sind Leute die jetzt sich eins fühlen mit Gott sie eins mit sich selbst sind fühlen sich eins mit Gott und die sind nie alleine die können alleine in der Höhle sein aber sie sind nicht alleine weil sie sind immer in Connection mit sich selbst mit Gott mit dem mit dem was ist mit der ganzen Welt weil jeder ist das Einheitliche Feld ja und dann jetzt ist es so wenn du durch Liebe Hingabe die allerfeinste Ebene der Schöpfung erfährst realisierst ist alles im Relativen das nehmen wir Gottes Bewusstsein und da kannst du nichts mehr machen dieses dahin du kommst dahin durch Liebe Hingabe nicht die Wurschen nicht die Wurschen Hingabe zu deinem Partner Hingabe zu dir selbst so nicht das was du schon bist und so nicht durch Shunting durch Meditation immer so wird alles verfeinert die Hingabe wird immer größer wird intensiver und dann das wie mit dem Kind wenn das zur Mutter läuft das wird immer schneller 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 und so ist die Entwicklung auch bei uns die wird nachher immer schneller 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 je näher wir zum Beispiel bei unserem Partner diese Einheit realisieren in unserem Partner das heißt mein Selbst ist auch dein Selbst oder ist das dein Selbst ist das Selbst von deinem Partner das ist keine Trennung da ist die Form aber dadurch dass du deine Wahrnehmung jetzt so weit verfeinert hast und in diesen allerfeinsten Bereichen gekommen bist und das allerfeinste was ich sagte du erfährst diese Unendlichkeit durch deine Wahrnehmung durch deine Bewusstheit erfährst du diese Unendlichkeit und jetzt erfährst du diese Unendlichkeit nicht nur nicht nur bei dir sondern auch in deinem Partner das ist die Einheit das ist das Einheitsbewusstsein Einheit zwischen dir und deinem Partner keine Trennung und da seid ihr eins und das macht die Einheit aus die Form die bleibt immer Form aber diese Einheit dieses Bewusstsein überwiegt jetzt die Form deshalb sagen wir auch da ist keine Trennung da ist nichts mehr da weil diese Einheit dieses Selbst was du erfährst im Einheitsbewusstsein das überwiegt jetzt diese Form diese Überform die sind schon noch da du siehst den Stuhl als Stuhl den Tisch als Tisch deinen Partner als dein Partner deinen Körper als deinen männlichen Körper oder weiblichen Körper all das ist da aber diese Einheit das siehst du das ist so als ob du mit offenen Augen die Einheit siehst da ist keine Trennung das ist so stark du kannst die Einheit hören du kannst das pulsieren hören du kannst kosmische Töne hören diesen kosmischen Hamm diesen kosmischen Sound der überall ist das ist wie eine ganze Symphonie weil das sind ja alle Schwingungen auf der allerfeinsten Ebene und du bist ja auf dieser allerfeinsten Ebene das sind alle Schwingungen so das erfährst du und dadurch hat das Leben eine ganz andere Qualität eine ganz andere Kragengröße eine ganz eine ganz andere Dimension wenn du in diesem Einheitsbewusstsein bist ja und da hast du die Einheit jetzt mit deinem Partner nicht also also es geht über das kosmische Bewusstsein hinaus nicht und das ist einheitlich und jetzt viele Leute kennen die Begriffe so wie Rishi Devatan Shandas hier sage ich mal der Rishi ist so der Seher der Wahrnehmende das ist dein Selbst nicht das ist dein Selbst nicht nicht dieses Ego oder dein kleiner Geist das ist dein Selbst das ist jetzt der Wahrnehmende der Wahrnehmende und der ist absolut nicht das Selbst ist absolut und jetzt das Objekt deine Partnerin ist ja auch absolut ist auch das Selbst weil du erfährst weil du jetzt in diesem Einheitsbewusstsein wirst erfährst du auch deine Partnerin als dieses einheitliche Feld was du bei dir vorher ganz alleine erfahren hast erfährst du jetzt im Einheitsbewusstsein auch bei deiner Partnerin und da ist keine Trennung und denn diese Verbindung nicht so wenn du jetzt auf deine Partnerin schaust oder auf deinen Partner schaust das ist ja eine Verbindung nicht das ist eine Energie die da fließt ein Austausch was ich sagte anfangs nicht dieser Fluss der kann sehr intensiv sein wenn das so alles in Harmonie ist und wenn du in Einheit bist dann ist das ja der totale Fluss zwischen dir und deiner Partnerin oder Partner weil ihr seid jetzt eins und ihr bewegt euch aber auch in diesem Relativen und aber diese Einheit überwiegt und deshalb sagen wir nicht du bist getrennt nein du bist immer verbunden eins verbunden ja nur ein Ausdruck verbunden besser gesagt da ist keine Bindung du erfährst diese Einheit ohne Abgrenzung ohne Trennung ja das ist der Höhepunkt der Beziehung nicht Einheit später kommt dafür das Brahmanbewusstsein nicht das ist dann noch eine Ausdehnung nicht dass du dann nicht nur die Einheit mit deiner Partnerin oder Partner erfährst sondern du erfährst auch dann wenn dein Partner jetzt auf dem Tisch sitzt nicht zum Beispiel und du schaust deine Partnerin an oder Partner dann siehst du auch die Einheit im Tisch da wo deine Partnerin drauf sitzt nicht oder auch hinter dir ist ein Schrank erfährst du auch die Einheit zum Schrank also wir haben so ein allround Bewusstsein in dieser Einheit wo keine Abgrenzung ist wo wir alles erfahren können aber auch ganz konkret ich habe mal die Erfahrung gehabt da war ich in einem Raum da konnte ich alles sehen im ganzen Raum also da waren 300 Leute alles meditierende Yogis die saßen auf ihren Matten und die konnte ich in einer Sekunde alle sehen ich wusste genau wer wo saß in jeder Ecke und da waren keine Hindernisse obwohl da Wände waren und so da war ich durch aber ich konnte alles sehen also war alles da nicht und diese Möglichkeiten sind da nicht wenn wir immer mehr in die Einheit kommen dass wir so Wahrnehmungen haben und Erfahrungen haben von denen wo sie überhaupt keine Vorstellung machen ja ich bedanke mich für euer Dabeisein ja Kommentare sehe ich jetzt keine ja alles Liebe und alles Gute für euch in dieser einheitlichen Beziehung in dieser Erfahrung der Einheit Rishi, Devata und Shandas sind eins das nennen wir Samhita das ist die eine drei es gibt so ganz viele Ausdrucksformen im Spirituellen von drei der Wahrnehmende das Wahrgenommene und die Verbindung zwischen den beiden und das als Einheit zu verstehen bedeutet der Wahrnehmende ist das Selbst das Absolute das Wahrgenommene ist das Selbst das Absolute und der Vorgang der jetzt stattfindet zwischen den beiden ist genauso das Absolute das ist keine Trennung und das wird im Vedischen als Samhita als Einheit betrachtet ja ich denke das war nochmal ein ganz guter Abschluss ich wünsche euch alles Liebe alles Gute habt noch einen wunderschönen Abend bis zum nächsten Mal Tschüssi